Bei mir sitzt Moritz Anderton. Moritz, hallo, wir kennen uns schon ein bisschen länger von Studienzeiten. Du bist auch im Beachvolleyball gelandet, bist sportpsychologischer Experte und arbeitest mit dem Team Windscher für Alkenhorst. Wenn du mal deine Arbeit ein bisschen beschreiben müsstest, was machst du? Ich bin jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr bei dem Team dabei. Die haben mich im Oktober im Rennen des letzten Jahres angesprochen, weil sie sich neu formiert haben. Und da liegt jetzt eigentlich auch so der Hauptschwertpunkt der Arbeit jetzt eigentlich erstmal, überhaupt mit dem Team langsam zusammenzuwachsen und zu gucken, was sind so für teaminterne Prozesse, die laufen und wie können wir die teaminternen Prozesse eigentlich optimieren. Das ist eine sozusagen die Hauptaufgabe. Wie sind da die Fortschritte? Gut, ich glaube, dass wir Jungs viel Positives zusammenbekommen. Das liegt jetzt, glaube ich, nicht nur an der sportpsychologischen Arbeit, sondern grundsätzlich an der Ausrichtung, die die beiden jetzt gesehen haben. Und da, glaube ich, machen so eine Fortschritte. Einfache Charaktere? Für mich ja. Ja? Ja. Also, ich kann jetzt auch nicht blöde, würde ich sagen. Wie sieht deine Arbeit konkret aus? Konkret sieht es so aus, dass wir immer wieder Einheiten haben oder uns immer wieder treffen in Köln, Düsseldorf oder Solingen, wo die Jungs halt trainieren. Das heißt, das sind dann die Einheiten, so Trainingseinheiten, die ich dann mitbeobachte und dann einfach Gespräche stattfinden. Dann aktuelle Themen besprochen werden, was nicht gerade so an einem Team. Das war jetzt vor allem die Phase, wo die ganzen Turniere losgegangen sind. Dann hat es in Münster angefangen, dass ich aus dem Turnier nach Münster mitgefahren bin. Zur EM mit nach Sardinien und jetzt halt hier in Berlin. Also, ich kann nicht alles mitmachen, das ist klar, aber vier große Spots haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen. Und ja, da geht es jetzt vor allem in diesem ersten Jahr erstmal darum, ganz viel Beobachtung zu machen. Beobachtung zu machen, wie man verhält sich zum Team, was kann ich so aus meiner sportpsychologischen Beobachtung heraus erkennen, wo ich vielleicht mentale Schwachstellen sehe oder man sagt ja vielleicht lieber Optimierungspotenzial sehe. Ja, und das in einer Abstimmung mit dem Andreas Kühlkratz, ganz klar. Das heißt, es ist keine Sache, die ich irgendwo ganz klein mache, sondern wir stimmen uns natürlich gemeinsam ab. Er hat natürlich sehr viel Erfahrung und das heißt, ich bin auch von dem Andreas im Gespräch und im Kontakt. Und wir, da sie die gleiche Vorstellung von Teamentwicklung haben. Wie wichtig ist Kommunikation für deinen Beruf? Ja, natürlich, also für meinen Beruf grundsätzlich natürlich sehr, sehr wichtig. Und ja, innerhalb des Teams natürlich auch ganz wichtig. Vor allen Dingen die Frage, was ist interne Kommunikation innerhalb des Teams? Wie wollen wir da miteinander kommunizieren und was wird nach extern heraus kommuniziert? Und wenn nach extern kommuniziert wird, wie machen wir das? Hört sich schon ein bisschen auch nach einem Medienberater an? Nee, das jetzt überhaupt gar nicht. Nee, 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 das überhaupt gar nicht. Das geht jetzt einfach nur um Teamintern aus deinem Bereich. Das ist so der Trimante. Ich bin eben berater, aber ich glaube, das können die ganz gut. Ja, das stimmt wohl. Wir brauchen keine haltere Hilfestellung. Jetzt haben wir so ein Team wie Holbeck Semmler, haben wir gerade schon kurz vor dem Interview besprochen. Die haben im letzten Jahr ihren sportpsychologischen Experten verloren. Kann das in so einem Team so richtig schwächen, wenn so ein kompletter Trainerstab wegbricht? Ja, natürlich. Ich will das jetzt bei diesem Team überhaupt gar nicht darauf zurückführen. Dafür, wenn ich da überhaupt nichts bin, habe das nur vom Papier her, dass das zurzeit nicht so erfolgreich läuft. Aber natürlich kann man sicherlich schon festhalten, wenn ein ganzer Trainerstab rechtbricht, mit dem man auch lange Zeit auch erfolgreich zusammenarbeitet hat, dass es natürlich erst mal ein komplettes Neuland ist für ein Team. Alle Strukturen wieder selber aufzubauen und wenn man dann wenig Unterstützung hat, dann kann man schon mal schnell auch in so eine Situation reinrutschen, reingegangen. Dann wird vielleicht auch wieder bewusst, wie wichtig dann auch so ein funktionierendes Team um das Team herum ist. Gibt es da gewisse Methoden, nach denen du arbeitest? Wie erlernt man deine Fähigkeiten? Ja gut, es gibt natürlich Basiswissen, was man anwenden kann. Das ist vor allem im Nachbuchsleistungssport einfacher. So im Profisport, da geht es natürlich auch schon um viel Feingefühl. Ich muss natürlich wissen, was ich mache und an welchen Stellschrauben ich drehen will. Es kommen dann einfach viele, viele Kompetenzen aus dem klassischen Coaching heraus. Was sind die Schwierigkeiten bei deinem Job? Schwierigkeiten bei meinem Job sind, ja, diese ständig wechselnden Bedingungen vielleicht, sich darauf schnell anstellen zu können. Keine festen Zeitpläne zu haben oder vielleicht eine Frage zu haben, sich schnell auf Gegner einstellen zu bringen, sich schnell in die Spieler hinein zu versetzen. Wenn jetzt das gegnerische Team bekannt wird, was passieren dann für mentale Prozesse, mag ich den Gegner, mag ich den Gegner nicht, was habe ich für Vorerfahrung mit dem Gegner und sich dann schnell in das eigene Team hinein zu versetzen und zu gucken, stimmt die mentale Einstellung dann vorm Match und dann auch im Matchverein. Da muss man dicht dran sein, da muss man ein Gespür für entwickeln und auch in der Zeit, um dann halt schnell so möglich auf so ein Turnier reagieren zu können. Ja, ich nehme an, du hast keine Praxis, wo du... Ich sitze ja in der Sporthochschule in Köln, da habe ich mein Büro und am Modellunterstützpunkt im Rheinland, dort gibt es auch Räumlichkeiten für mich, wo ich dann vor Ort arbeiten kann. Ansonsten bin ich da viel unterwegs in Nordrhein-Westfalen, immer oft mit der Sporthochschule für das Projekt Mentraltalent und so die klassische Arbeit einer Sportpsychologin ist eigentlich immer nur in den Sporthallen und Umkleidekabinen da, wo halt gerade irgendwo Platz ist nach der Trainingseinheit, da Sportler meistens haben noch Zeit, was zu machen. Genau, und mit Alex und Stefan zum Beispiel sitze ich dann ganz oft auch einfach nach Flaya in Köln im Sand und dann wo da diskutiert oder in Solingen auf irgendeiner Anlage neben dem Wald, also ganz wechselnde Arbeitsbedingungen. Vielleicht kannst du jetzt mit einem Klischee nochmal aufräumen oder vielleicht auch, ja, das gute Alte, wir haben ein Problem und ein Team ist einfach total blockiert, ich gehe jetzt mal heute Nacht richtig saufen. Ah, das ist das Klischee, also das erste Klischee ist vielleicht Sportpsychologen oder eine wirklich qualitativ hochwertige, sportpsychologische Arbeit versteht sich eigentlich auch nicht als Feuerwehrgesellschaft, die jetzt mal ganz schnell kommen und die Brände irgendwo löschen. Also wir wollen schon versuchen langfristig zu arbeiten, was ja jetzt hier in diesem Team zum Beispiel auch der Fall ist. Also wir haben sich ja schon im Oktober gemeldet, dass das über ein ganzes Jahr laufen soll, das heißt, langfristig Prozesse aufzubauen und zu optimieren, dass es halt langfristig dann auch zum Erfolg kommt. Natürlich gibt es dann in der Arbeit immer wieder auch Feuerwehrsituationen, dass ich ad hoc irgendwas machen muss mit dem Athleten, um ihn aus seiner Problemtrance auszurufen, das ist ja klar. Das ist das eine Klischee vielleicht, also keine Feuerwehrleute, sondern eher langfristige Arbeit. Und das andere Klischee, klar, wenn es halt richtig schlecht läuft, dann kann ich mir vielleicht auch schon mal gut tun. Würde ich innerhalb eines Turniers nicht empfehlen, aber eigentlich gar nicht, wenn es am nächsten Tag dann weitergeht, aber nach dem Turnier gibt es da aus Sicht der Sportpsychologie zumindest kein Verbot. Obwohl ich das nach dem Zeitpunkt als Sportler bitte nicht anhören, das ist natürlich eine ethische Frage und auch eine Frage, der kommt jetzt in die Einstellung, aber im Profisport, vielleicht mal wenn ein Turnier zu Ende ist, kann man durchaus mal ein Bier trinken. Ob es dann hinwegschädelnd sein muss, das unterschreibe ich nicht, aber ein geselliges Bier, um Themen anzusprechen, klar. Jeder Jeck ist anders davon in Köln. Moritz, danke. Köln ist ja auch nicht ganz so viel Alkohol drin. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch. Ich bedanke mich, dass du vorbeigeguckt hast, uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und wünsche dir viel Erfolg für die weitere Saison mit den Jungs. Alles klar, vielen Dank. Egalen Abend. Vielen Dank.